hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von we happy few so heute endlich die erste aufnahme von diesem spiel wo ich jetzt auch meine aufnahmekontrolle auf dem zweiten monitor habe das heißt ich sehe jetzt was das programm aufnimmt und damit ist automatisch der unfug den es die letzten male veranstaltet hat vermieden so der war leer hallo so jetzt müssen wir mal so zwischen den häusern schauen dass wir da noch alle bereiche durchgehen weil da war ja auch der ein oder andere interessante teile was war das kann ich hier irgendwas machen ne trinken kann ich ach ah bananas yes bananas und porcupine very pointy porcupine we are the hollow men don't mind me just havin a bit of a sit down schauen wir mal new joy flavors soon coconut auch müssen wir ja noch das haus wieder finden was da so schön abgesichert war das habe ich nämlich seitdem jetzt auch noch nicht wieder gefunden war hier noch irgendwas nehmen ich glaube alles interessante haben wir ich guck nur ich nehme nichts mit keine sorge da müssen wir wenn dann eh mal bei nacht noch wieder herkommen das mal hier ausräumen können äh müssen wir in diese richtung oh bin ich gegen den stein gelaufen ich bin nicht nummer neun nein 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 nicht nummer neun wo müssen wir denn lang so hier war das picknick dingen und ein knüppel den brauchen wir aber so eigentlich nicht und ein knüppel was war da mysterious chest ach das war die schatztruhe genau investigate the curious chest ich habe leider keinen apel tut mir leid tut mir leid ich habe nichts ich würde ja gern was geben meine dame aber ich habe nichts genau das war hier das mit dem können wir hier gerade nochmal schauen aber hier ist auch nichts was können wir denn mit ins inventar nehmen so wie das aussieht doch die metal bits was haben wir da sick up tea achso den müssten wir noch den müssten wir noch schreddert raincoat haben wir keinen platz mehr für so achso da oben gab es nichts der ist lockt können wir den irgendwie entlocken der locken also gibt es hier oben irgendwas sieht nicht so aus achso achso das war das achso das war das achso das war das achso das war das jetzt müssen wir uns da hinwenden Da darf man nur mit Maske hin. Achso, hier waren wir ja schon drin, genau. Oh jetzt, jetzt dampft es. Hier gibt es auch nochmal was. Haben wir irgendwas da? So, und weiter nichts. Hier oben ist auch nichts, glaube ich. Ne. Frage, suchen wir jetzt nach dem unsichtbaren Haus? Haben wir da eine Joy-Pille dabei? Ich glaube nicht. Oh, wir haben aber die... Mit der müssten wir über die Brücke kommen. Aber erstmal muss ich was essen, sehe ich gerade. Von denen können wir mal ein paar essen. Zwar jeder einzelne macht nicht viel, aber... So, wo war denn die Brücke? Da war eine und da war eine... Gucken wir gerade erstmal bei der da. Im Süden die. Ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung, ja. Weil da könnten wir jetzt dann die Pumpe reparieren. Wenn es denn diese ist. Mit der kaputten Pumpe. Sie ist es natürlich nicht. Ähm, gut. Müssen wir zu anderen. Legen wir mal einen kleinen Sprint hin. Sehr wichtig. Oh, da können wir ein Stückchen trinken. Bevor wir wieder durstig werden. Äh. Was war hier? Garden of earthly delights. Hä? Was hat es mit diesem Garden auf sich? Muss ich das wissen? Was hat es mit diesem Garden auf sich? Was hat es mit dem Garden auf sich? Was hat es mit dem Garden auf sich? Was hat es mit dem Garden auf sich? Hm. Ja, genau. Da geht es zur Brücke. War hier zufällig das Haus mit dem... Schade. So, da haben wir aber jetzt doch, glaube ich, das Pumpenrad. Oh. Nicht die Maustaste. Nicht die Maustaste. Nicht die Maustaste. Ja. Da ist die... Ups. Cool. Ich fass es nicht. Wir sind weiter. Wie geil ist das denn? Oh, da kommen wir nicht weiter. Aber hier durch. Alle ab. Alle ab. Gibt's hier irgendwas zum Mitnehmen? Hey. Du auch? Du kannst dich gleich dazuhängen. So. Ich hab euch doch nichts getan. Der hängt da so vor sich hin. Äh. Kuh muss ich drücken. So. Achso, jetzt brauchen wir wieder ein... Basic Lockpick. Aber da haben wir keinen Platz für. Ähm. Fünf von fünf. Die Bandage brauchen wir. Healing Beam können wir eigentlich mal... Haben wir die noch? Ähm. Achso, nehmen wir die da. Ich war grad schon irritiert. Äh. Dann essen wir die zwei grad mal. Dass wir Platz im Inventar haben, um uns... ...einen Lockpick... ...zu basteln. Hey, ne Powercell. Das ist ja das, was wir für die andere Brücke brauchen. Cool. Inventar voll. Dann müssen wir noch später mobsen gehen. Ich hoffe mal, dass die Brücke jetzt geöffnet bleibt für uns. Oh, was gibt's hier? So, die sind wir, glaub ich, auf der anderen Seite. Scheint so, als müssten wir immer den Weg hier gehen. Ich glaube, dass du mir ein bisschen Geld hattest. Jetzt müssen wir was hier lassen. Ähm, was können wir denn... ...die Karotte können wir zum Beispiel hier lassen. Die braucht kein Mensch. Und die lass ich jetzt auch mal hier. Und dann nehmen wir den da. Irgendeinen Blueprint haben wir jetzt gekriegt. Was gibt's denn hier noch? Offensichtlich nichts. Das macht's einfach. Cool, wir sind in dem neuen Stadtteil. Sieht zwar nicht weniger schäbig aus. Aber wir sind drin. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keiner aufs Maul. Gut. Ja, und dann... Tschüss, bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.